ok das wird zu verrückt warum? ich habe mir gerade 11 Stusse und 11 Cases gekauft für counter strike weil da wahrscheinlich so nix raus kommen wird aber mir weinen gerade danach ok so 11 Case 11 Keys und 11 Cases das ist natürlich nichts Big Cash viele schwören ja auch immer wenn man die Items vor rupelt dass der rauskommt die 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 das ist Ey, nie und nimmer, Johannes. Oh ne Witz. Oh ne Witz. Oh ne Scheiß. Oh, jetzt habe ich einmal das Feeling miterlebt. Oh, lästige 69 Euro. Ui, ey. Oh, der zweite Key. Oh ne Scheiß. Ich habe es auf Video. Ich habe es auf Video. Nie und nimmer, ey. Oh, Scheiß. Oh ne Witz. Oh, ey. Freude drehen in den Augen. Und ich habe noch gemeint gehabt, man muss einem Symbol rumrubbeln. In der Zeit ruppel ich an den Scheißkreis rum und da kommt das Teil. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Das wirkt unreal. Oh. Okay. Oh, no way! Yes! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh man ey. Was? Was? Wie viele Hyperbeats? Willst du mich verarschen? Was ist los gerade? Ey. Waren wir nicht. Was ist los? Oh. Ist die Fabrik neu? Oh, keine Ahnung. Die gucke ich gleich. Oh, der, der. Jetzt kommt wieder ein blaues Item und danach kommt wieder ein gutes. Das ist alles. Oh. Oh. Was ist los? Okay. Und Minimal Wear. Das ist für mich, ähm. Das war das letzte Mal, dass ich sowas macht. Das wird nie wieder kommen. Oh, die ist gar nicht mehr so. 31 Euro. 31 Euro! Vielen Dank.